Wir waren eine Doppelspitze. Zwei Menschen, nicht einer, aber ständig und überall wurde nur eine Hälfte dieser Doppelspitze thematisiert und verarscht. Ich kam fast nie vor und das macht mich unglaublich traurig. Die meisten Menschen kennen noch nicht einmal meinen Namen. Immer heißt es Ricarda Lang hier, Ricarda Lang da. Dabei kann ich singen, tanzen und mache tolle TikTok-Videos, oft auch mit Filtern. Entschuldigung, ich kann das alles nicht mehr. Ist okay, Omid. Der Omid macht wirklich ganz hervorragende TikTok-Videos, aber es war wirklich immer nur Ricarda Lang, Ricarda Lang, die dicke Ricarda Lang. Ricarda Lang hat Hunger. Ricarda Lang ist für den Brückeneinsturz in Dresden verantwortlich und nie kam etwas über Omid. Deshalb legen wir beide heute unsere Ämter als Parteispitzen nieder und hoffen auf ein wenig mehr Gleichberechtigung in Zukunft. Ich kann wirklich sehr gut tanzen. Ist okay jetzt, Omid. Genau das meinte ich. Ich hab mir die Willi bestellt. Die neue Vicky. Spielspaß und schwogelt. Snickers für Linkshander.